Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Let's Play Minecraft Minigames und noch eine Runde von Super Attack, ja einfach nur weil das so mein Spiel ist, will ich jetzt mal so behaupten, könnte man so da sagen. Ich tue gar nicht Saita, das ist italienisch. Oh, guck mal, das ist ein Pokémon, glaube ich. So, so da, aha, 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 aha. Hör ich eigentlich die Minecraft Lautstärke, 40 lauter wird es leiser, 45 Musik ist aus. Ach so, gut, ich glaube, wenn sobald ich, so wie ich mir die Aufnahme auch angehört habe, weil meine Heimaufnahme, wie ich mir die Aufnahme auch angehört habe, geht doch so, eigentlich ist das ganz okay gewesen. So, erste Runde ist natürlich einfach. Wieder mal. Wo lebt noch jemand da hinten? Mhm. Ein Creep habe ich getötet schon. Sehr schön. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr ja, jetzt ist es ja, was ist das eigentlich, ach, das ist, mach hoch die Tür, mach weit. Weihnachtslieder, passt auch total gut. Na, wir haben fast Weihnachten, ist ja erst September. Aber Weihnachtssüßigkeiten habe ich trotzdem schon. Weil, ich bin ja niemand, der viele Süßigkeiten isst, ne, aber soweit Weihnachtssüßigkeiten kommen, kann ich nicht mehr anders, es muss, muss ich mir einfach holen. Oh, das ist doch echt so lecker und ich liebe ja Schokolade, ne. Als ich das nicht schon mal erwähnt habe und ich weiß nicht, dass du kennst, so viel Schokolade hat so gute Schokolade. Lebkuchen, oh, es gibt fast nichts besseres als Lebkuchen. Ja gut, und die besten Sachen sind ja eh sowas wie, ähm, Spekulatis ist geil, darf man aber nicht zu viel von essen. Und, äh, dieser runden Lebkuchen? Wohin, wo ist noch einer übrig? Ich glaube, da hinten, ähm, und hier diese runden Lebkuchen-Dinger, warum irgendwie so unterschiedliche braune Farbtöne draus? Ich kann die nicht beschreiben, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ähm, die sind auch richtig gut und, äh, ja, dann natürlich noch Butter Spekulatis, es geht nichts über Butter Spekulatis. Oh, ist lecker. Und natürlich, ach, das ist alles lecker. Ähm, oh, da sind die irgendwie Zombies runtergefallen. Kann ich mich ja mal drum kümmern, so viel Gold habe ich auch nicht, dass das jetzt ein großer Verlust wäre. Wir müssen den Golem kaputt machen. Ähm, ah, das Gold habe ich nicht bekommen. Oh. Äh, 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 was? Jetzt schon? Pigments? Weiß jetzt nicht mit Grahet. Ähm. Wie, wir haben jetzt schon einen Scheiß? Ich habe Kacke gebaut. Ich hätte helfen sollen. So. Jetzt kann ich aber helfen, das dürfte ja möglich sein. Was? Leute, den hätte man noch umlegen können. War es doch da schon dran. I am Sura. Ist das nicht der Typ, der die Musik für Fallout gemacht hat? Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie kein gutes Gefühl in dieser Runde. Da war er irgendwie, ich weiß auch nicht. Wieso? Nein, nein, ich treffe nicht. Hm, alles merkwürdig. Wir sind jetzt schon in der Runde 8 und der hat, ja, ein Creeper scheinbar ist das gewesen. Schaden. Da kommen die Zombies. Dürfte aber keine Gefahr für mich darstellen. Keine Räder. Haben wir da hinten. Hm, hm. Ich kann mir noch keine Rüstung kaufen. Aber ich habe auch noch, hatte ich, wurde schon angekauft von jemandem? Ich weiß es gerade nicht. Doch, vom Zombie-Pigman. Doch, doch, doch. Von einem Jahr. Oh, und jetzt kommt die Powered. In A4. Oh Gott, oh Gott. Wie viel Lenki hat der? Aha, aha. So, einen haben wir noch. Wo? Da. Der Schlag, okay. Wow. Und weiter konzentrieren auf die Creeper. Möglichst nicht ablenken lassen, allerdings auch nicht sterben. Warte. Was mache ich gerade? Du kümmerst dich ja darum. I am Super. Nein. Habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ähm. Das ist ein Problem. Ja, auf dem Weg da. Ja. Auf dem Weg da kommen kann man hier so einen Zombie töten. Das ist ja kein Problem. Ist auch nicht verwerflich. jetzt das geld verlieren wäre natürlich tragisch ja wenn man von redet na ja muss ich ist jetzt blöd aber zum glück habe ich mich ja früher das ist also kein problem wieder kam einer vom himmel gefallen das ist blöd kann sich mal jemand um die ja das wird nichts mehr das ist echt keine gute runde haben wir alle wahrscheinlich keinen guten job gemacht ich auch nicht persönlich hallo 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 ich habe jetzt noch nicht mal in der reiz in meine rüstung das ist ganz ehrlich nein da bin ich diesmal scheiße 4 gold 4 gold nicht viel gold so jetzt aber ein paar zombies hier abschlachten wir haben noch fünf na klar warte wie weit sind die ich hoffe auf gottes willen wir sterben anscheinend schon in der runde 14 keine chance das war kein gutes spiel so das also da nee das war nicht gut nächste runde nächstes lück vielleicht sind wir diesmal besser wir haben hier einen farbigen mann und pedo bär und ich glaube die brauchen eine letzte runde dabei und mit mit teilrüstung gruseligen typen super mann aber dabei ja kann uns denn nichts passieren wenn wir so ein kerl ich weiß nicht was das ist vielleicht one piece und ein klappern 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 ja also eigentlich können wir ja nur gewinnen mit solchen leuten ja und wir haben ein 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 dschungel menschen so natürlich ich gehe instinktiv immer in die drei ich weiß auch nicht wieso und dann kommen immer irgendwelche danach so haben wir leute die afk sind wer mit hinein das ist immer das schlimmste wenn man sieht dass da welche afk sind bringt gar nichts man geht wenigstens raus da hat man zumindest das gefühl dass es mir leicht leichter werden könnte so und ein paar zombies klar ok und wir haben keine creepers so hey und der erste creeper ist wieder down dann hätten wir das letzte mal schauen bekommen ich glaube schon in runde 5 oder 6 also sehr früh war das ja mhm aber wenn ich diesmal nicht von 5 zombie pigments wieder verfolgt werde dann dürfte das möglich sein also runde 14 das war ja echt das war nix das war ja wirklich schlecht das kenne ich doch das ist von boom 3 auch ein tolles spiel muss ich mal jetzt playen das könnte man das ist echt ein schönes spiel vielleicht mit facecam who knows who knows ja vielleicht weiß es die nase jo so äh und wieder auf die creeper achten so 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 den haben wir hier dichter hinten kriegen wir auch lebt der noch? ja der lebt noch so welle 6 und kein schaden das ist gut das gefällt mir so muss man sein leben gestalten ah ich hatte gerade irgendwie das gefühl dass wir bei uns schon skelette haben das einzige was wir aber haben sind frame drops wo? lastet einer immerhin der 1 ist unglaublich oh guck mal killer bonanza ist tatsächlich der erste bonanza bonanza ich weiß jetzt nicht mit wem der geschaut spielt aber das ist der prügel naja prügel film nicht aber das ist so ein ausgefallene sound effekte film sag ich mal also den habt ihr mir ganz überlassen das war auch nett kein sniper? keine sniper der bohung ist gespannt für den nächsten creeper da bin ich mal gespannt auf den nächsten creeper ja goldas gut dass du mir hilfst äh da hinten die aus online da kommen äh so einige zombies auf dich zu einer einer das ist kein problem dürfte gehen wir müssen die dinger ausschalten bevor es in die nächste runde geht wir lassen hier die piggies wow 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 nein 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 will jetzt sehen und dann powert äh leute äh leute äh leute ich bräuchte die hülfe in der 3 danke ok ich verstehe es natürlich auch dass man ok ich weiß nicht ob ich dem den den letzten schuss gegeben habe wir im sander drehen wow nein du kleiner drecksterl nein ich kümmere mich um die zombies wow 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 keine sorge keine sorge jetzt aber da so aber jetzt erstmal komm hör ok wo ist der wo ist er da ist er wie viele sind noch gar keiner da kriegen wir ihn da kriegen wir ihn ach der ist tot oh hey ah du kümmerst dich schon um den ja das ist gut so jetzt aber um den hier komm an mach ich schon mach ich schon mach ich schon mehr leute auf den starken mehr auf den starken mehr auf den starken ok da ist irgendwo ein blaze ah sehr gut gemacht leute ja ich komme nämlich hier mal direkt um den starken ne ja das von sniper aber der schießt nicht auf mich ja sehr gut danke gut gemacht ja krieg ich den alleine schimmer nie heißt das nicht kam nie ok ist da ok da ist noch eine blaze oh ah ich brenne ich brenne ich bin so heiß dass ich brenne habt ihr die er hat den pigmen noch nicht ne noch nicht ok gut jetzt aber ich dachte ich wäre hier nach 4 oh ah ja der kommt also als zweites ist ok gut ja Noah mach doch mal was schlag ihm was oder schlag irgendwas voll genau so jetzt aber den kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir wir sind hier zu dritt nicht ablenken lassen wenn wir weiter schlagen dann geht das gut perfekt wo ist er wo ist er der blaze ist tot scheinbar ok alle feinde getötet und der nächste creeper ach scheiß ach du kacke was macht der hier hinten wow ich will jetzt nicht so kurz davor mein geld verlieren ihr versteht das ne ok 738 ist nicht mehr viel 750 ah ja jetzt schlage ich mich in den kampf hier gegen diese godams unsere gefährlichen gegner ja ist doch egal ob du mich tötest ich werde im kampf für das team sterben für das team für das team was beim zombie oh gott oh gott oh gott stirb da stirb da ok wow ja das ist die masse wow ah beim skelett ok ok nächste werde in ja bis dahin sollte ich leben ich kümmer mich mal um die das sind so zu viele ok ok nein 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 nicht die babys nicht die babys ja ich bin gleich tot kriegen wir den kriegen wir den ah beim zombie gegessen worden oh gott oh gott nein 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 jetzt habe ich die zeit an den starken verwendet oder was scheiße was das was das ah es scheint noch zu gehen wir sind in der nächsten welle ok 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 wirkt ganz gut noch lebst du noch lebst du äh skelette schießt mal bitte gerade ein licht auf uns nein dabei kümmer ich mich doch immer um das skelette oh gott ich glaube das war's das war's Achtzehn. Ganz okay. Würde ich jetzt mal so behalten. Na, auf jeden Fall machen wir in der nächsten Runde mal, in den nächsten Folgen mal ein anderes Spiel. Und, ja, bis dahin. Tschüss.